So, ganz kurz, ganz wichtig, dieses Video wird über 25 Minuten lang gehen, ich werde sehr emotional reden, ich bin so ein Mensch, Kraftsport ist mir wichtig, ich rede emotional, nichtsdestotrotz, ich bitte jeden Zuschauer, die vollen 25 Minuten zuzuhören, sich die Fakten anzuhören und dann könnt ihr von mir aus disliken, Hasskommentare schreiben oder wie auch immer, aber wichtig ist, zieht euch die vollen 25 Minuten rein, ja, mir ist es wichtig, dass ihr die kompletten 25 Minuten reinzieht, weil ich zwischendurch sachlich rede und zwischendurch durch meine Emotionen vielleicht ein bisschen abweiche, zieht euch bitte die vollen 25 Minuten rein und ich werde euch ein paar Videos oben rechts verlinken, die müsst ihr unbedingt auch angucken, sonst wisst ihr nicht, worüber ich rede, ja, übrigens, eine Sache habe ich in den 25 Minuten vergessen, Jill von Road to Glory hat zu dem Zeitpunkt, also ich rede im Video davon, dass er 175, 180 Kilo Bankdrücken macht und dann, es ging da drum, wieso so starke Leute so schlank sein können und dann hat er irgendwann so ein Video hochgeladen, wo er morgens früh irgendwie 20 Minuten spazieren geht und er hat dann sozusagen seinen Zuschauern und mir und allen anderen erklären wollen, ja, er geht jeden Morgen, also die Ernährung einerseits und der geht jeden Morgen 20 Minuten spazieren und deswegen wäre er so schlank und trotzdem so stark, das war so seine Erklärung. Daraufhin wollte ich so eine Videoreihe anfangen und dann, wie gesagt, die Videos oben rechts müsst ihr euch anklicken, damit ihr ungefähr versteht, worum es geht. Also, zieht euch die kompletten 25 Minuten rein, bis dann. So, ja, da unten rechts ist mein Bild, eine kleine Trizeps-Pose, ich habe einen Sportkanal mit über 17.000 Abonnenten und über 8 Millionen Views bis jetzt, namens Akko, The Persian Killer. Wie gesagt, dort geht es um Muskelaufbau, Kraftsport und auch Drohnen-Videos und einmal meinen Gaming-Kanal Akko Power Let's Play. Ja, beide Kanäle könnt ihr kostenlos abonnieren und unten, hier unten könnt ihr mein Facebook lesen, Akko Platz lassen, Akko Platz lassen, Armani. Alles klar, viel Spaß beim Video. So, Leute, willkommen zurück. Ja, ich würde gerne, ähm, diese Geschichte mit dem, äh, Herrn Jill von Road to Glory nochmal, ähm, aufgreifen. Und zwar hat er gestern ein, äh, ja, wie soll man das nennen, Real Talk Video rausgehauen, wo er Stellung dazu genommen hat, dass man ihm Geldgeilheit vorwirft, weil er diese ganzen, ähm, nicht naturalen Produkte, wollen wir es mal so nennen, äh, auf bestimmten Seminaren an den Mann bringen möchte. 20 Euro kostet der Eintritt und er sitzt da und, äh, erzählt, dass ihm das sehr nahe geht, dass man ihm Geldgeilheit vorwirft und bla bla bla, dass man ihm, äh, dass er das Ganze macht, um die Zuschauer zu beglücken und so weiter und so fort. Jill, guck mal, das Problem mit dir, was ich habe, ich hab ja, ähm, vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, zwei, drei Jahren aufgehört, äh, dir hinterher zu jagen. So, also jetzt im übertragenen Sinne natürlich. Und zwar das letzte Video, was ich über dich, äh, indirekt gemacht habe, werde ich oben rechts verlinken. Da oben rechts bitte draufklicken, wer wissen möchte, worum es geht. Vor zwei, drei Jahren, äh, habe ich noch verstärkt so Videos gemacht, wie 200 Kilogramm natural nicht möglich und so weiter und so fort. Woraufhin du natürlich einerseits, pass auf, ihr macht das sehr schlau. Guck mal, du, Goku Fitness, Karl S., äh, Tim Gabel, Micha Janik. Ihr habt alle schon Videos über mich oder über meine Themen gemacht, aber schlauerweise so, dass ihr meinen Kanalnamen nicht, äh, mit ins Video nehmt. Das heißt, ihr schlagt zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Leute, die meine Videos, meinen Kanal kennen, ja, indem ihr bestimmte Andeutungen macht, wissen die alle, dass ihr mich meint. Und die Leute, die meinen Kanal nicht kennen, das heißt, das sind eure Abonnenten, die kennen meinen Kanal nicht. Ähm, ihr erwähnt meinen Kanalnamen nicht, um mir so wenig wie möglich Aufmerksamkeit zu schenken. Das heißt, ihr geht so, ne, mit einer Waffe zweierlei gegen mich vor. Also, einerseits macht ihr, versucht ihr es zumindestens, meine Videos ins Lächerliche zu ziehen, ja, für die Leute, die meinen Kanal kennen. Und wiederum, wie schon erwähnt, die Leute, die meinen Kanal nicht kennen, sollen gar nicht wissen, wer ich bin und, äh, sollen gar nicht auf meinen Kanal aufmerksam werden. Das alleine zeigt schon deinen Goku Fitness, Micha Janik, Karl S., Tim Gabels Charakter und wer auch noch sonst, äh, in der Fitness-Zene jemals ein Video über mich gemacht hat. Ähm, um das Ganze nochmal zu untermalen, also ich versuche, äh, ein langes Video zu machen, damit ihr versteht, warum ich seit Jahren diese Videos mache. Ähm, um das Ganze zu beweisen, zu unterlegen, habe ich so schon diverse Videos gemacht. Es gibt zum Beispiel auf, oder es gab zumindestens auf Tim Gabels Kanal ein Video, wo der zum Beispiel, ähm, ich habe diverse Fotos, wo ich mit so einem, äh, Pelzmantel irgendwie auf Facebook bin und so weiter und so fort. Und da hat der Tim Gabel irgendwie so ein Video gemacht, wo der halt, äh, was weiß ich, minutenlang, äh, sozusagen versucht hat, äh, meine Leistung, beziehungsweise das, was ich auf YouTube mache, ins Lächerliche zu ziehen. Äh, äh, Pelzmantel, äh, Pimp, Pumper, was weiß ich, was der da geschrieben hat, versus richtige Fitness-Athleten, irgendwie so heißt das Video. Eventuell nimmt er das auch von YouTube runter oder auch nicht, ist mir auch egal. So, lange Rede, kurzer Sinn, er macht das genauso wie du, Jill. Goku Fitness, am Anfang, wo der so mit 500 Abonnenten durch die Gegend geeiert ist, wo er noch keinen, äh, Push von Flair bekommen hat, den Rapper, wo er nicht, äh, von Onkel Bob und diversen anderen da, Gannikus und so weiter, ein bisschen Aufmerksamkeit. Das heißt, da, wo er nur die 500 Abos hatte und der Akku war, was weiß ich, was bei 15.000, 16.000 Abos, da hat er versucht, gegen mich zu schießen. Da hat er auch in Videos meinen Namen erwähnt. Mittlerweile, ich hab schon ein, zwei, drei Videos über den gemacht. Er schießt nicht zurück. Warum? Er will mir keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Das alleine wäre ja nicht das Problem. Das alleine wäre ja nicht das Problem. Wenn man jemandem keine Aufmerksamkeit schenken möchte, ist das ja das gute Recht einer, jeder Person, eines, äh, jeden Einzelnen zu sagen, hör mal zu, dir schenke ich Aufmerksamkeit und dir nicht. Das Problem an der ganzen Sache ist, solange ihr Profit davon habt, das heißt, Aufmerksamkeit, Abos, Klicks, macht ihr das. Ich kann euch gerne noch mehr Beispiele nennen. Vor, äh, drei, vier Jahren, als Karl S. neu auf YouTube war, als er noch nicht jetzt diese 400.000 Abos hatte, wie aktuell, da hat er mit dem Akku zusammengearbeitet. Da hat er ein, zwei Videos gemacht, wo der mich erwähnt hat, namentlich. Dann hat er mit mir Box for Box gemacht. Das heißt, ich habe seinen Kanal auf meinem Kanal vorgestellt und, äh, umgekehrt hat er meinen Kanal auf seinem Kanal vorgestellt. Damals hatte der irgendwie 10.000 Abos. Ich hatte ein bisschen mehr, irgendwie so um den Dreh oder er hatte leicht mehr. Auf jeden Fall waren wir ungefähr auf gleicher Augenhöhe. Was, äh, wie viele Beispiele soll ich dir denn noch nennen? Jetzt habe ich fünf Minuten geredet, um euch eine Sache klarzumachen. Ihr schenkt dem Akku, Akku, der Persian Killer, keine Aufmerksamkeit aus nur einem Grund. Am Anfang der Karriere, wo es euch genützt hat, wo der Akku, sagen wir mal, größer auf YouTube war. Man muss auch dazu sagen, äh, ähm, ich nenne es jetzt mal Arschkriecherei, ja. Ihr seid ständig mit irgendwelchen YouTubern am Zusammenarbeiten, egal ob der Typ, äh, 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 Real Talk bringt, ob der Wahrheiten sagt oder nicht, ob der irgendwie zu seinem Stoffer-Dasein steht oder nicht, ob der echt ist oder nicht. Ihr macht mit Leuten Videos, die euch Klicks und Abos bringen, ja. Ihr wollt nicht, äh, für Aufklärung in der Fitness-Szene sorgen, sondern es geht euch nur um Abos, Klicks und was bringt euch Kohle. Denn, jetzt musst du dir eine Sache bedenken, immerhin besitze ich auch über 17.000 Abonnenten. Sind vielleicht nicht alles, äh, Fans oder was, ne, muss man ja auch dazu sagen, gibt ja auch, äh, viele Hater und so. So, aber es gibt einige tausend Leute, die eventuell auch meiner Meinung sind, zumindestens bei bestimmten Themen. Das heißt, die Themen, die ich anspreche, könnten eventuell dafür sorgen, dass, äh, eine Art Aufklärung in der Fitness-Szene herrscht. Und ich rede jetzt nicht nur von irgendwie, äh, 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 betrügerischen Marketing-Methoden wie, was weiß ich hier, ähm, Multi-Level-Marketing und so weiter und so fort, sondern ich rede allgemein über Fitness, Sport, Kraft, Sport, Bodybuilding-Themen, ja. Alles, was diese Themen, Thematik befasst. Das heißt, mit dieser 200 Kilogramm Natural-Nicht-Möglich-Theorie hat sich keiner von euch befasst. Im Gegenteil, ihr habt das versucht, ins Lächerliche zu ziehen, ja, indem du zum Beispiel Videos gemacht hast von wegen, ja, äh, Bankdrücken, 10 Kilo gesteigert in der Diät. Hör mal zu, mein Freund, du bist schon längst, äh, 30 oder über 30, nehme ich mal, äh, stark an. Ich meine, äh, äh, ich kenne dein wahres Alter nicht, aber so sieht man deinem Gesicht an. Du weißt hundertprozentig genau, dass ein naturaler Athlet oder ein naturaler Hobbysportler niemals in der starken Diät, so wie du es, durchgezogen hast, ja, hier shredded to the bone und 180 Kilo, 175 Kilo Bankdrücken. Das war vor zwei, drei Jahren das letzte Mal, dass ich Videos, äh, gegen dich gemacht habe, beziehungsweise gegen das, was du von dir gibst. Das Video ist oben rechts, äh, ähm, äh, verlinkt. Und zwar habe ich das gemacht, weil du falsches Zeug auf YouTube verbreitest. Zu dem Zeitpunkt hattest du hier und da mal durch die Blume zugegeben, dass du verbotene Substanzen zu dir nimmst, aber die meisten deiner Zuschauer oder, äh, äh, ein großer Teil wusste es nicht zu 100%. Es gab Leute, die sogar drunter kommentiert haben, äh, der Jill ist 100% natural, was laberst du denn und so. Das heißt, du hast deine Zuschauer im Unklaren gelassen, ob du netti, also natural bist oder nicht. Stattdessen hast du versucht, indirekt, ob bewusst oder unbewusst oder wie auch immer, meine Videos ins Lächerliche zu ziehen. Problem bei der ganzen Sache ist, du bedenkst eine Sache nicht. Du machst hier den großen Aufklärer, ja, ich will euch doch nur aufklären und Dr. Alex will euch aufklären und so. Wenn du die Leute wirklich aufklären möchtest oder so einer wie Goku Fitness oder so einer wie Carl S. oder Tim Gabel oder wer auch immer oder wie ihr alle heißt, dann habt doch den Arsch und habt die Eier, setzt euch auf euren Stuhl, setzt euch vor die Kamera und nach 8 Minuten 30 Sekunden fange ich mit dem Real Talk erst an. Jetzt geht es nämlich zur Sache. Habt doch die Eier, habt doch den Arsch und setzt euch auf den Stuhl und erzählt doch mal aus eurer eigenen Erfahrung, was passieren könnte, wenn man denn nicht netti ist. Okay, ich habe jetzt ein paar Namen in den Raum geworfen, ein, zwei von denen haben zugegeben, dass sie was nehmen und die anderen sagen, dass sie natural sind. Ich möchte niemandem irgendwas vorwerfen, ich weiß auch nicht, ob der eine oder andere 100% netti ist oder nicht, aber zumindest du, Jill von Road to Glory und Goku Fitness habt das ja durch die Blume zugegeben, dass ihr nicht netti seid. Du, Jill von Road to Glory, hast es erst dann zugegeben, wo die Kacke am Dampfen war. Ich erinnere dich gerne, also wo du offen darüber gesprochen hast, ja, dass du ein Video gemacht hast, hast gesagt, so und so sieht es aus, Real Talk und hört mal zu, ich bin nicht netti, so durch die Blume, hast du erst gemacht, als dieser FIBO-Skandal von Tim Gabel war. Erinnern wir uns doch mal zurück, FIBO 2015, die Kacke war richtig am Dampfen, Onkel Bob hatte dieses Video gegen Tim Gabel rausgehauen, wo Tim Gabels Blutwerte eindeutig, zumindest aus Onkel Bobs Sicht und so wieder das erklärt hat. Dieses Video übrigens werde ich auch jetzt oben rechts verlinken, also zwei Videos, die ihr euch angucken müsst, oben rechts. Das heißt, die Kacke war am Dampfen, die ganze Fitness-YouTube-Community war gegen KLS am Schießen, gegen Tim Gabel am Schießen, alles war im Umbruch, Revolution, alle waren gegen euch. Und dann erst hast du gedacht, es wäre eventuell strategisch wichtig, sich hinzusetzen, jetzt mal offen Tacheles über alles zu reden. Erst dann hast du dich von, was weiß ich, KLS distanziert oder beziehungsweise dieses andere Zeug, was da alles am Start war, Multilevel-Marketing und Wemma und was da nicht alles am Start war und so weiter und so fort. Erst dann, wo du gesehen hast, dass das Kartenhaus in sich zusammenbricht. Und jetzt setzt du dich hier heute vor die Kamera und guckst bedröppelt so in die Kamera, ja, wie könnt ihr mir denn hier Geldgeilheit vorwerfen? Und ja, ich will euch doch allen nur was Gutes tun, wenn du uns allen was Gutes tun willst, du weißt doch hundertprozentig, dass ich natural bin. Warum hast du nicht die Eier, dich hinzusetzen und einfach mal, hör mal zu, ich brauche keine Anerkennung, damit das klar ist. Ich brauche keine Anerkennung von einem KLS, weder von Tim Gabel erst recht nicht, von einem Goku Fitness sowieso nicht und von dir, Jill Road to Glory, brauche ich auch keine Anerkennung. Und zwar geht es mir nicht darum, dass du, Jill, mir Akko Anerkennung schenkst, sondern indem du dich hinsetzt und die Eier hast und meinen Namen und meinen Kanalnamen erwähnst, zollst du mir Respekt. Warum Respekt? Weil ich einer der wenigen bin, die nicht versucht, seine Community komplett auszulutschen, erstens. Zweitens, ich bin kein Heuchler, ich trainiere hier auf Speckbasis in meiner Bruchbude, Ghetto-Bude unterm Dach mit einfachsten Methoden und habe es auf 163 Kilo auf Video und 170 Kilo ohne Video Bankdrücken geschafft. Stattdessen setzt du dich hin und du weißt hundertprozentig, dass du nicht netti bist und machst solche Videos wie, ich bin total shredded und drück 175 so mal eben im Vorbeilaufen und erzählst deiner Community, meiner Community, dass das so, also indirekt möchtest du sagen, ja, das, was der Akko da propagiert, dass man viel essen muss, wenn man netti ist, um so stark zu werden. Das ist ja kompletter Bullshit und guck mal, ich schaffe das hier total shredded. Du weißt hundertprozentig, dass das die Wahrheit ist, mein Freund. So, jetzt kommen wir mal zu einem anderen Thema. Ihr tut ja so, als wärt ihr Experten, zumindest tut ihr so, als hättet ihr mehr Ahnung als der Durchschnitt. Ich höre ständig, ja, nehmt doch alle Stoff, ihr könnt doch nicht das gleiche erreichen, was ich erreicht habe oder ein anderer, der so und so viel Bankdrücken geschafft hat oder so und so viel, was für ein Körper der geschafft hat. Das heißt, du tust immer so, du, Goku Fitness und all die anderen, ihr tut immer so, als wäre zu Stoffen, ich hab das schon tausendfach erwähnt, ihr tut so, als wäre das 3-5% der Leistung. Du, dein Doktor Alex, Goku Fitness und wer noch immer schon Videos über irgendwelche verbotenen Substanzen gemacht hat, immer kommt am Ende heraus, ey, man kann doch nicht den ganzen Tag Döner und Pizza essen und so aussehen. Ja, verdammt nochmal, das ist uns allen bewusst. Meinst du, du bist der Experte, der uns das erklären muss? Fakt ist aber, Real Talk, jetzt gut aufgepasst und zugehört. Jill von Road to Glory, Experte. Du, dein Doktor Alex und, äh, Goku Fitness. Übrigens, ihr werft mir immer vor, ich würde emotional reden und nicht sachlich reden. Setz dich vor die Kamera, mach's ein auf, ey, ich bin ganz ruhig und erklär euch ganz im ruhigen Ton, was ich für ein korrekter Typ bin. Ich will euch was Gutes tun. Warum erzählst du denn deiner Community und meiner Community nicht, dass ein Mensch, der nicht netti ist, kiloweise mehr Muskeln aufbauen kann und dass diese Muskeln, ja, Energie verbrauchen? Und weil sie mehr Energie verbrauchen, weil sie mehr Muskulatur aufbauen können durch diese Hormone, können sie auch mehr Scheiße fressen, ohne sofort fett zu werden. Ich habe nie behauptet, dass ein Profi-Bodybuilder oder du oder sonst wer 24 Stunden am Tag Döner und Pizza fressen und Schokolade. Davon war nie die Rede. Die Rede ist davon, dass du eher schlank bleibst als einer, der netti ist. Und zwar kannst du dir viel mehr Kalorien leisten, dadurch, dass du auf deinem Körper durch diese Hormone, die von außen zugeführt sind, mehr Muskeln draufgepackt hast. Das erwähnst du nie. Du tust, weißt du, ihr zieht das immer so ins Lächerliche, das, was ich sage. Ich habe nie behauptet, dass du 24 Stunden am Tag Schokolade und Pizza frisst. Davon war nie die Rede. Du musst aber auch zugeben, dass du es viel einfacher hast, dadurch, dass du Hormone zu dir nimmst, mein Freund. Verstehst du, du brauchst uns hier alle nicht verarschen oder für dumm verkaufen oder alles ins Lächerliche zu ziehen, mein Freund. Ja? Ich habe mir viele Sachen aufgeschrieben gehabt, aber ich habe es bevorzugt, nicht vom Blatt vorzulesen, sondern frei Schnauze zu reden, mein Freund. Okay? So. Und zollt mir Respekt. Zollt mir Respekt, der schon seit 6, 7 Jahren YouTube-Videos macht und keine irgendwelche Trainingsprogramme an sein Publikum verkauft, weil ich das für total unnötig finde. Zumindestens bis jetzt. Ich werde eventuell irgendwas in die Richtung machen. Erstens werde ich es nicht überteuert verkaufen und zweitens werde ich nicht so tun, als würde man sich, was weiß ich, innerhalb von ein paar Monaten, wie manch von euch, ich nenne jetzt keine einzelnen Namen, ja, die Bilder auf Facebook oder Instagram oder sonst wo posten, um ihre Programme zu pushen. Ja, ich habe mich transformiert in 6 Wochen, 8 Wochen. Hier mit dem Programm ist das möglich. Gab es ja in der Vergangenheit oft genug. Oder, dass Fake-Bilder benutzt wurden und so weiter und so fort. Okay? So. Fakt ist, solange ihr, solange ich größer war als einige von euch, ja, solange ich mehr Klicks hatte, haben die Leute einfach meinen Kanalnamen in den Mund genommen, haben teilweise Beleidigungen, ey, Sprichwort Gokofitness und da gab es diverse andere auch, ja, in ein, zwei Videos, wo die die angefangen haben, so leicht beleidigend, ja, der Erko hier, was der da labert hier in seiner, äh, hier Obdach, äh, hier Schrägdachwohnung und bla bla bla. Verstehst du, was ich meine? Tut doch nicht so, als wärt ihr von Anfang an dagegen, ja, mir Aufmerksamkeit zu schenken. Solange es euch noch Klicks gebracht hat, äh, solange wir noch ungefähr auf Augenhöhe waren, da war es noch cool, Akko irgendwie entweder direkt mit dem Namen zu erwähnen oder indirekt durch auf Scheiben klopfen oder irgendwie das, was ich jemals gesagt habe, so wie 200 Kilo nicht möglich, alles ins Lächerliche gezogen, versucht die Zuschauer, äh, von meinem Kanal auf euer Kanal zu ziehen und so weiter und so fort. Deswegen bist du, Jill von Road to Glory und Goku Fitness und KLS und all die anderen, die ich jetzt erwähnt habe, in meinen Augen Fake. Setz dich bitte nicht vor die Kamera und tu so, als hättest du mir niemals Aufmerksamkeit geschenkt. Du hast es indirekt gemacht. Du warst halt nur zu feige, den Kanalnamen von mir in den Mund zu nehmen, weil du die Aufmerksamkeit auf deiner Seite haben wolltest und die Zuschauer von meinem Kanal auf deinen Kanal ziehen wolltest und so weiter und so fort. Und bevor es komplett kindisch und lächerlich wird, das, was ich sagen wollte, habe ich grob, äh, alles jetzt da reingepackt. Tut mir leid, dass es 17 Minuten gedauert hat. Deswegen, solange ihr einfach nur nicht Realtalk redet, euch, wie viele, wie viele, wie viele 100.000 Abo-Fitness-YouTuber haben wir denn mittlerweile, die nur noch mit Leuten, äh, Videos machen oder nur noch über Leute reden, die auch ungefähr dieselben Abo-Größen haben. Hilft das denn der Fitness-Szene, ja? Lasst mich das Video auf 20 Minuten verlängern. Hört mir nur noch drei Minuten zu, okay? Hilft das der Fitness-Szene, wenn ein Johannes Lukas, ein Gürki und was weiß ich wer noch alles, äh, ständig miteinander so, ja, lasst uns alle liebhaben, Videos machen? Wobei ich sagen muss, äh, von Gürki halte ich immer noch sehr viel. Das ist einer der wenigen, die noch, sagen wir mal, bis zuletzt gerade geblieben sind. Der hat nie versucht, irgendwie sein Publikum abzuziehen, ja? Ja, Gürki, also das ist kein Hate gegen dich, aber bringt das denn der Fitness-Bodybuilding-Kraftsport-Szene, wenn man Woche für Woche lächelnd in Videos, ja, hallo Leute, wir machen zusammen Bankdrücken, Bankdrücken mit Gürki, Bankdrücken mit Johannes Lukas, Bankdrücken mit dem Weltmeister der 280 Kilo, bringt das denn einen naturalen 16-, 17-, 18-Jährigen was, wenn er zur Zeit bei McFit, FitX und so weiter angemeldet ist? Bringt das dem denn irgendwas, außer, dass ihr mehr Abos, Klicks generiert? Dann setz dich doch bitte nicht vor die Kamera und erzähl, ja, ich will der ganzen Fitness-Kraftsport-Community was Gutes tun. Nein, willst du nicht. Willst du nicht. Denn würdest du das wollen, würdest du dich mit einem kritischen Menschen wie mich, ich hate dich ja nicht, pass auf, Jill, Ich hate dich ja nicht, weil du irgendeiner Raste angehörst oder was weiß ich, irgendeiner Herkunft oder weil du groß, klein, dick, dünn oder weiß oder schwarz bist. Ich kritisiere dich und die anderen, weil ihr über Fitness- und Kraftsport Bullcrap labert. Es geht euch nur darum, mit Leuten Videos zu machen, die euch positive Kritik bringen, positive Klicks, positive Abos. Die Leute, die euch, die sich kritisch mit euch auseinandersetzen und mit dem, was ihr sagt. Und zwar mit Argumenten. Ein Argument, das ist ein Argument von Hunderten. Dass ein Mensch, der Hormone nimmt, einfach viel mehr Muskelmasse draufpackt und dadurch sich auch mehr Kalorien erlauben kann. Fakt. Okay, Fakt. Hast du dich mit sowas jemals auseinandergesetzt? Nee, stattdessen setzt du dich immer vor die Kamera, so ein Dr. Alex, du und all die anderen. Ja, respektiert mal unsere Leistung, weil wir müssen ja so hart trainieren. Ja, erwähn doch mal, wie viele Vorteile du davon hast. Ja, und was du dadurch alles erreichen kannst, was ein Netty nicht erreichen kann. Und zu guter Letzt, Jill, mein Freund von Road to Glory. Ich habe vor ein, zwei Tagen dein Facebook mal ein bisschen durchstöbert. Hoffentlich löscht du das Video nicht. Geht mal alle auf seine Facebook-Page Road to Glory bei Jill und zieht euch mal die Transformation rein. Nein, Dicker, 2012, ja, da sahst du aus wie ein Hobbyschwimmer. Ja, da war nichts mit Muskelmasse, da war nichts mit Shredded to the Bone, da war nichts mit, klar hattest du einen guten Körper, du warst schlank, aber wo waren die kugelrunden Schultern? Wo war diese massive Brust? Wo waren die dicken Adern, die aussahen wie Feuerwehrschläuche? Wo waren das denn alles? Wo du noch Netty warst wahrscheinlich oder gerade mal am Anfang, dass du Hormone nimmst. Wieso hast du damals nicht diese Brust und diese Schultern gehabt? Wieso hast du damals nicht 180, 190, 200 Kilo Bankdrücken gemacht? Ne, da warst du wahrscheinlich bei 80, 90 Kilo auf paar Wiederholungen mit deinen Bankdrücken und so weiter und so fort. Fakt ist, du willst nicht zugeben, wie viele Vorteile du davon hast. Genauso wie ein Goku Fitness, Alter, wenn ich sehe, dass der nicht Netty 160, 5, 6 Mal drückt, Alter, wie lächerlich ist das denn? Und dann setzt ihr euch vor die Kamera und macht hier einen auf Experte. Wo seid ihr denn Experte? Nicht mal auf Stoff kriegt ihr es hin, die 200 Kilo paar Mal zu drücken. Dann würde ich mit euch noch darüber reden, ob ihr Ahnung habt oder nicht. Es sei denn, guck mal, pass auf, jetzt ziehen wir das Video noch mehr in die Länge. Ihr sagt doch, diese Hormone bringen angeblich nicht Vorteile oder nicht viel oder sowas. Warum schafft dann der Weltrekordler im Bankdrücken 340 Raw und du nur 175? Warum? Warum so eine große Diskrepanz? Du bist doch auch nicht Netty. Du nimmst doch auch Stoff. Der Typ, der die 340 drückt, der nimmt doch auch Stoff. Und jetzt kommen wir so, immer wenn es dann schwierig wird, weil du auf diese Frage natürlich keine Antwort hast. Du müsstest ja dann zugeben, dass du keinen Plan vom Business hast. Du müsstest dann zugeben, dass du selbst auf Stoff nicht mal anständige Leistungen im Bankdrücken bringen kannst, als Beispiel. Natürlich kommt dann zu guter Letzt, wenn man gar keine Antwort mehr hat, was kommt dann zu guter... Was antworten die meisten, wenn sie keine Ahnung mehr haben, was sie sagen sollen? Natürlich kommt dann die Genetik, ne? Ja, der hat halt eine bessere Genetik. Das ist die einfachste Antwort. Damit beantwortet man alles, ne? Statt zuzugeben, dass du, Jill von Road to Glory oder Goku Fitness, der die 160 Grad mal ein paar Mal wegdrückt. Wie lächerlich ist das denn, wenn man seit 10, 15 Jahren nicht Netty ist, so wie Goku Fitness oder du seit ein paar Jahren, dass ihr noch nicht mal irgendwie die 200 Kilo ein paar Mal wegdrücken könnt. Statt zuzugeben, dass ihr keine Ahnung habt, wird dann natürlich kommen, ja, dieser Eriks Potto oder... Keine Ahnung, wie der Typ heißt, ich weiß den Namen jetzt nicht auswendig, irgendwie sowas in der Art. Ja, warum drückt der denn die 340? Ja, weil ihr ahnungslos seid. Weil ihr selbst mit Stoff noch nicht mal auf 220, 230 Kilo Bankdrücken kommt. Weil ihr selbst dafür zu schwach seid. Weil eure angebliche, geistige, wissenschaftliche Masterleistung, die ihr da auf YouTube propagiert, dass das noch nicht mal für die 220, 230 Kilo Bankdrücken reicht. Mein Freund, so sieht das aus. So, und nur weil ich emotional rede, weil mir Kraftsport wichtig ist und nur weil du dich ruhig vor die Kamera setzt und versuchst, so einen sachlich, einen auf sachlich zu machen, heißt das nicht, dass du recht hast und ich unrecht. Die Fakten habe ich dir gerade auf den Tisch gelegt. Und jetzt hab mal die Eier und all die anderen, die seit Jahren Videos indirekt oder direkt über mich machen. Michael, Janik, du bist auch angesprochen. Hab mal die Eier erwähnt doch. Arco, der Persian Killer. Und dann kannst du von mir aus sagen, was du willst. Und dann können wir uns mal sachlich damit auseinandersetzen. Und wenn du die Eier nicht hast, mich zu erwähnen, ist auch nicht schlimm. Im Gegensatz zu dir, Jill, und einigen anderen Fitness-YouTubern, hab ich es die letzten Monate auf die Reihe, auf die Kette gekriegt, eine kleine Ausbildung im Sicherheitsbereich zu machen, arbeite da fest. Und ich muss jetzt nicht meine Zuschauer darum bitten, auf irgendwelche Seminare zu kommen. Kommt doch mal auf mein Seminar, damit ich dicke Kohle einkassieren kann und euch über verbotene Substanzen was erzählen kann. Vor allen Dingen erzählst du ja, auf YouTube ist das verboten, man darf das nicht. Aber auf den Seminaren irgendwelchen 18, 16, 17, 19-Jährigen was über Stoff zu erzählen, ist dann wiederum legal. Das darfst du dann wieder, ne? Anstatt dich mal hinzusetzen, die Eier mal zu haben, setz doch mal den Stoff ab, dann sehen wir doch mal wieder, wie du wegschrumpfst, mein Freund. Dann sehen wir mal, was du wirklich für Ahnung hast. Setz doch mal deinen Stöppes ab. Setz doch, halt doch mal die Eier und setz den Stoff ab. Und dann sind wir alle Zeugen, wie du in dich zusammenfällst. Da ist nichts mehr mit 180 Kilo Bankdrücken. Dann drückst du mal eben 30, 40 Kilo weniger als Akku. Damit du Bescheid weißt. Nein, und es ist mir nicht wichtig, wer mehr oder weniger drückt. Ich bin schon längst aus diesem Alter raus. Mich kotzt es nur einfach an, dass irgendwelche... Guck mal, ey, ich will nicht übertreiben, aber ganz ehrlich, 2012, ich hab's dir erwähnt, und du hast eine Transformationsfoto auf Facebook hochgeladen. 2012 und dann 2016, Alter. 2012, wo du Nettie warst, du sahst aus wie ein Lauch, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Natürlich, für einen normalen Menschen würde ich nicht sagen, dass er wie ein Lauch aussieht. Du sahst da schon gut aus. Du warst schlank, ja, leicht muskulös schlank, du sahst gut aus. Kein Problem. Aber dafür, dass du dich für den Größten hältst, sag ich dir ganz ehrlich, Nettie sahst du aus wie ein Lauch, mein Freund. Ganz einfach. Juswag. Immer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.